Hallo meine Schüler, guten Morgen! Heute erkläre ich für euch alle Themen, die wir schon behandelt haben. Am Anfang beginnen wir mit der Wiederholung. Mit dem ersten Teil haben wir eine allgemeine Wiederholung über die Dinge, die wir haben. Das ist ein Buchlein von seit drei bis seit zehn. Das war alles mit dem ersten Teil, die wir in den Teilen haben. Wir haben einen Teil von der Teilen. Wir haben einen Teil von der Teilen, die Leute zu verhalten. Wir haben auch gesagt, dass wir alle Jahre lang die Teilen werden. Wir haben alle ein paar Minuten, um die Dinge zu verhalten. Wir beginnen mit den Aktivitäten. Das heißt, Handball, Volleyball, Fußball, Tennis und Wasserball spielen. Und wir sehen, dass wir drei Verben, spielen, machen und fahren. Und es gibt Klamen mit allen Verben. Wir beginnen mit dem Verben spielen mit einem Ball. Zum Beispiel, Handball spielen, Volleyball spielen, Fußball spielen, Tennis spielen, Wasserball spielen. Und Wasserball spielen bedeutet Water Polo. Und es gibt hier einen Beispiel. Ich spiele Tennis. Nummer zwei, die Wörter mit dem Verb machen. Die Wörter mit dem Verb machen. Die Wörter mit dem Verb machen. Das heißt, Sport machen. Gymnastik machen. Gymnastik machen. Gymnastik machen. Krafttraining machen. Und Yoga machen. Zum Beispiel, ihr macht Yoga. Nummer drei, das Verb fahren kommt mit Ski, Rad und Fahrrad fahren. Ski fahren. Rad fahren und Fahrrad fahren. Und Rad fahren und Fahrrad fahren haben die selbe Bedeutung. Das ist der Meinung. Rad fahren oder Fahrrad fahren bedeutet Riding a bike. Und wir haben ein Beispiel. Wir fahren Ski. Wir fahren Ski. Wir fahren Ski. Mit dem Wort Sport benutzen wir das Verb machen oder das Verb treiben. Sport machen oder Sport treiben. Nummer fünf, laufen. Laufen. Surfen. Joggen. Tanzen. Schwimmen. Reiten. Reiten. Inline skaten. Inline skaten. Inline skaten. Und wir haben die Ski. Auf Seite 14 hier auch sind einige Sportarten. Reiten. Surfen. Ski fahren. Rad fahren. Rad fahren. Tennis spielen. Fußball spielen. Inline skaten. Und jeder Schüler. Soll einen Satz formen. Was sind deine Hobbes? Was sind deine Hobbes? Okay. Und wir haben die Hobbes. Meine Hobbes sind. Zum Beispiel. Reiten. Zofen. Fußball spielen. Inline skaten. Okay. Und hier gibt es einen Dialog. Und wir haben den Dialog da. Und wir haben auch ein Dialog. Und es heißt. Kannst du schwimmen? Ja. Ich kann sehr gut schwimmen. Oder nein. Ich kann nicht so gut schwimmen. Aber ich will es lernen. Oder nein. Ich kann überhaupt nicht schwimmen. Okay. Ich kann sehr gut schwimmen. Ja. Nein. Ich kann nicht so gut schwimmen. Aber ich will es lernen. Nein. Ich kann überhaupt nicht schwimmen. Und wir haben das Dialog. Ja. Wir haben den Dialog. Kannst du bla 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 bla? Ja. Ich kann. Nein. Ich kann nicht. Wir haben auch noch eine Seite 15 angesichtsend und dann können wir einmal die Sprache machen. Natürlich gibt es Pearl und Spieltarten. Zum Beispiel Spielsport, Kraft Training machen, Ski fahren, Gymnastik machen, Tennis spielen. Auf Seite 16, wie findest du Kanraina an des Sports-Tibas? Und das bedeutet, wie findest du? Wie findest du? Zum Beispiel, wie findest du Tennis spielen? Wie findest du reiten? Wie findest du surfen? Okay? Wenn du siehst, wie findest du etwas, dann sagst du gut, super, toll, schön, sehr gut oder nett. Das bedeutet positiv, die du möchtest. Ich finde Handball gut, ich finde Reiten super, ich finde Schwimmen toll und so weiter. Nicht so gut, okay, auch langweilig bedeutet boring, langweilig, doof oder nicht gut. Langweilig, doof und nicht gut. Und wir haben hier ein Beispiel, wie findest du Handball? Ich finde Handball gut oder ich finde Handball nicht so gut. Und wir haben hier einige Fragen und du musst hier diese Frage beantworten, was findest du gut und was findest du nicht gut. Die Leute wollen ja sagen, was findest du nicht gut. Was findest du gut und was findest du nicht gut? Regular und wieder auf die Verb die haben die Regel nicht regular und wir wissen, dass das Verb kommt am Ende, am Ende und am Ende wird in den letzten Verb unter den Personalpronomen und wir nehmen das Verb Stamm der Verb und wir nehmen A mit ICH 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 Und dann die Verb sind die Verb mit der Verb die Verb mit z z z mit z 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